dann können wir uns noch mal auf die suche machen aufgaben klein und bis zum stockholm stop 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 ariel dann können wir uns noch mal auf die suche nach der karte machen jetzt wird interessant wo ist das die sehnt störte becker wird ja interessant hier jetzt ach das hat wir getan egal du dahin wer ist das michels michels sehnt ist leer so ich warte jetzt lass uns gucken die karte muss da oben auch wo sein glaube ich mich jetzt hier da fährt dahin und dann haben wir da verstörte bekannte ich glaube dann werden wir da maßnahmen vernichtung des piratenkonvois störte becker bis zum 21 1 nehmen wir an gäste außer 150 kleidung die hätten wir noch auf lager dann machen wir das doch 150 kleidung so bitteschön auch wiedersehen dankeschön gern geschehen und neu ist schiff in lübeck einer hanse komme ja das ist doch fantastisch das ist doch das ist so ist auch sehr schön ist das das normen da ist die ariel holz steht hier könnte man sich auch wieder hier und schuss erhöhung der produktion von käse ja nehmen wir an nehmen wir an nehmen wir an bauer käse an für das geld ja warum denn nicht 200 200 so wenn auch drei beide gebaut sehr schön eine million dankeschön hier runter erstmal den auseinander alter was ist hier los normen 20 48 kanon 48 kanon und ist das wer ist das 64 kanon alter vater ich sage euch jetzt schon er wird mir alle drei schiffe auseinander pflücken fack mal live fack mal live was ist denn hier los müssen wir anders machen das müssen wir anders mimi 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 ariel hat wie 26 kanon nur der hat aber auch hanse kogge hanse kogge schnigge ne 3 4 5 6 so ich brauche schiffe wo ist mimi da kommt das saint wer ist hier da ist mimi mimi hat 60 kanon raus mit dir 77 der hat nur 48 mimi auf den hier den auseinander pflücken das schaffst du alter ernsthaft jetzt ernsthaft holy shit holy shit also damit habe ich jetzt nicht gerechnet sind 72 kanonen 72 kanonen 72 kanonen er braucht matrosen die henne ernsthaft ernsthaft mimi ist alleine arielle 77 77 hp hat er noch unbekannter führer hat einer ist die hausende ist ein bisschen auseinander den nimmst auseinander wunderschönen aber hat er gewonnen schnee ok 77 und du hast 69 und der ist am arsch der ist was steht denn da alter sind zwei ich brauche schiffe ist doch nicht wahr da steht auch das steht mich jetzt 22 kanonen versteht da albatross bremen der auch nichts nein 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 der man jetzt auch ist noch gepflückt ja ja bauauftrag holg jetzt wollen sie es wissen jetzt wollen sie es wissen 50 kanonen hat ist denn hier los und ist 1378 und die piraten versuchen die überhand zu nehmen was ist denn hier irgendwann die jans schief gelaufen freunde lasst mich gut der muss raus der muss irgendwie müssen wir den da wegkriegen reparatur repariert ja komm scheiße drauf müssen wir alles repariert in frankreich dauernd die aufstände an und werden weiterhin blutig niedergeschlagen ja hier auch hier auch aber sowas von nicht war aber hier im moment abgeht wahnsinn sie brauchen getreide brauchen die ne und das schlimme ist ich muss hoch ich muss den störte bäcker nieder machen sie sind 72 kommt verlos und er kommt da normen 20 kanonen genauer noch der der will wissen dass der will ist echt wissen da unten wütend wütend ja junge jemen nicht auf die nüsse wir machen erstmal störte da oben den gestörten störte becker machen weg angekappertes nichts nichts gar nichts 67 hat er nur noch da ist natürlich interessant wenn wir nur 7 wir aber auch wir aber auch zumal unserer holk schon wieder voll am abkacken ist wenn wir glück haben und der jetzt noch ein paar 67 immer noch 64 kanonen hat der vor allem das dann ich sollte vielleicht anfangen man ist die 55 tage zwei monate sind das ne also komme ich nicht hin da komme ich nicht hin das ist das schlimme da bringt mir nichts ich muss die schiffe jetzt haben das heißt wir werden auch keine andere wahl haben im endeffekt und uns mit unter jede menge konvois bauen mimi organisieren den da rein so mimi ist nicht ausgebaut ausbauen den jeweils kanonenschiff matrosen drauf 41 was haben wir hier noch 318 ariel hat eine kogge hat der ne auftrag fehlgeschlagen bitte was bitte was bitte was bitte 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 erhöhte produktion von käse alter die wurden doch gebaut schweden benötigt fleisch ihr könnt mich mal gerne haben das sind die beiden diese michels 20 kanon albatros 0 mich würde interessieren wenn wir die immer noch 67 alter die saint müsste repariert werden naja reparatur seien reparieren kaufen ich brauche schiffe ich brauche da nur ein paar schiffe gucken 55 kann ich auch machen was ich will ich kann auch gucken wo ich will hier wird nicht 55 tage überall und nirgends nest wird nest wird bruch getreide ne wir haben keins das ist das stimmt wir haben kein getreide was wir da hinschicken können haben wir schon in dem sinne aber dadurch dass also komischer gestörter pirat vor unseren toren steht der sich zur lebensaufgabe gemacht hat kommen wir vögel meine kleinen tapper ist das natürlich jetzt ne hier wie komme ich da jetzt am besten hin ariel das wird übel das wird übel ich habe die befürchtung das wird nicht funktionieren was ich hier mache wo steht der sind die weg da ist nur noch der michels ne sehe ich das richtig die sind alle weg alter vater was war der mit denen los ne 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 wir brauchen schiffe habe ich schon gesagt dass wir schiffe brauchen habe ich schon erwähnt wir brauchen schiffe wir brauchen schiffe habe ich eigentlich schon erwähnt dass wir schiffe brauchen wir brauchen schiffe und falls ihr es noch nicht wisst wir brauchen schiffe naja das hätte ich aber auch wissen müssen die krallen uns jetzt erstmal den michels und der geht mir auch so er geht mir so dezent auf die nüsse 80 matrosen haben wir keine hier gibt es auftragsliste holk 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 also geht bis ins nächste jahr holy shit sechs schiffe haben wir hier stehen ich führe kalanar mimi 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 fürsten tun benötigt holz haben wir nicht mimi 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 m ariel 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 was hast du hier hat eine co2 hand bekommen ich brauche volks ariel ariel kann nach eber fahren genau du fährst nach eweil bier kannst du dir mal bringen ein bisschen pech davon ja so viel auch nicht so viel auch nicht aber die freuen sich die freuen sich ach guck mal hier ist auch sehr schön historisches ereignis könig edward von england nimmt den krieg in frankreich wieder auf ja moin dankeschön dankeschön mich jetzt junge das ist gar nicht michels sparten 93 cent raus ja unbekannter pirat erst michels so dass das dass das da das dass das dass was und weg was hat das fleisch steht ihm ist ja jetzt auch heute halt da kommen weg damit weg damit was hier an pech rumliegt 1600 pech der fährt dahin der fetter das heißt hier steht zwei verkackte piraten 54 kanonen der andere sehe ich nicht jedes mal hier jedes mal er fährt auch noch sehr schön schweden benötigt holz wobei gäste spiel ja kommt nehmen wir an nehmen wir an ich erst mich jetzt die fahr erstmal hierhin ich will nur wissen wie viele hier stehen der hat 54 und er hat fünf alter mich jetzt nehmen mich jetzt auseinander nehmen immer so richtig schön außen naja du brauchst gar nicht flüchten mein freund du brauchst ja nicht flüchten du wirst gejagt wobei welcher versteckt von ihm kriegen da versteckt muss im stand da sein dann hätte ich das nämlich auch schon aufgedeckt dann könnte ich den nämlich auch wieder nieder machen nur im auge behalten dankeschön so schnell geht das maßnahmen goethe ich will ja nicht goethe ich will den anderen ich will den anderen weil ich da schon stehe weil ich habe keine lust jetzt darüber zu fahren goethe ist da oben ne der ist nämlich da oben und ich will den anderen haben ich will nicht darüber fahren auftrag auftragsliste da ist auch eine halse kogge ne das heißt ich kriege meine schiffe erst ab juni juni august september juni august september november dezember vier uhr mehr alter vater ernsthaft saft ne 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 ne